Ja, liebe Freunde, einen wunderschönen guten Morgen oder besser gesagt, wenn ihr das Video seht, Mahlzeit. Wir sehen uns heute den Cryptospace natürlich an. Bitcoin hat gestern mit 93.000 Mal wieder ein neues All-Time-High geschrieben. Wir gehen exakt darauf ein, wo befinden wir uns gerade im Zyklus. Gerade für Leute, die jetzt neu dabei sind, ist das ganz, ganz wichtig. Die nervös sind, die hier alle Emotionen durchleben, so wie wir auch, die hier schon einige Jahre dabei sind. Was passiert jetzt? Steigen die Kurse? Fallen die Kurse? Ich werde irre. Was soll ich jetzt verkaufen? Soll ich Gewinne mitnehmen? Soll ich nachsteuern? All das geht euch sicherlich durch den Kopf und das sehen wir uns heute genau an. Und was ich von diesem Zyklus noch erwarte, aber dann höchstwahrscheinlich erst im nächsten Jahr. Wir sehen uns sehr viele Daten an. Wir sehen uns auch die ganze Sache um Donald Trump nochmal genauer an. Einige Charts, wie sieht es aus mit der Altcoin-Season und zum Schluss werde ich euch nochmal Pionics vorstellen. Das wird dann der zweite Teil des Videos, weil echt viele Fragen kommen zu diesen Trading Bots. Da gehen wir nochmal ein bisschen spezieller drauf ein. Deswegen würde ich sagen, wir legen direkt los. Ihr lasst mir sehr gerne einen Kommentar, ein Like da und auch sehr, sehr gerne kostenlos ein Abo. Wie gewohnt nach dem Intro. Peace. Solana, Cardano, XRP, Shiba Inu, Dogecoin. Alle performen aktuell richtig gut. Gestern gab es mal eine Mini-Korrektur und alle sind nervös geworden. Also ich sage euch ganz ehrlich, wenn wir hier nochmal 20, 30 Prozent abrauschen. Ich warte eigentlich nur drauf, dass, weil jetzt alle so gierig sind, so euphorisch, auch der Fear and Greed Index explodiert gerade. Ist glaube ich bei 88, sehen wir uns gleich nochmal an. Und das ist der perfekte Zeitpunkt eigentlich, dass es nochmal richtig knallt, auch wenn es jetzt erst in den nächsten Tagen passiert, um dann wirklich die Leute rauszuspülen, die dann in Panik verkaufen. Denn dann bekommt der Markt wieder Liquidität, um nach oben zu steigen. Also der Verlust anderer ist der Gewinn anderer, wenn man das so sagen kann. Aber das werdet ihr dann noch merken. Also ganz, ganz großes Thema und das ist hier der Leitfaden im Cryptospace. Ihr müsst entspannt bleiben. Solche Korrekturen müssen an euch vorbeigehen. Ganz schnell vielen, vielen Dank an die vielen Abonnenten, die neu dazugekommen sind. Natürlich durch die bullische Marktphase, aber auch irgendwo durch mich. Eigenlob stinkt, aber freut mich mega. 8.370. Ich hatte erst so ein bisschen das Gefühl, die 10.000, das wird dieses Jahr ein bisschen schwierig. Aber mittlerweile bin ich da auch wieder auf einer Erfolgswelle unterwegs und hoffe, dass wir das dieses Jahr schaffen. Das war mein absolutes Ziel für diesen Zyklus, sagen wir mal. Und ihr helft mir dabei. Das ist wirklich unglaublich stark von euch. Vielen, vielen Dank. Bitcoin-Kurs erreicht neues All-Time-High. Ist das der letzte Sprung für heute? Also mittlerweile schreiben wir fast jeden oder jeden zweiten Tag ein neues All-Time-High. Darf gerne so weitergehen. 93.000 US-Dollar beim Bitcoin. Wir sehen uns das nochmal an. 93.477. Um genau zu sein, das Ganze ist 16 Stunden her. Der Sprung auf die 100.000 scheint nicht mehr weit zu sein. Wie gesagt, das wäre mir zu schnell und zu gierig und alles schreit ja nach einer Korrektur. Also wirklich alles. Auch, dass der Kryptomarkt auf 3 Billionen angewachsen ist. In den letzten 24 Stunden um 2,4% gewachsen. Das ist schon echt crazy. Und gerade scheint es wohl wieder nach oben zu gehen. 397, also fast 400 Milliarden US-Dollar in den letzten 24 Stunden bewegt. Die Leute sind immer noch komplett gierig. Auch der Fear and Greed Index, der anzeigt, wie die Stimmung ist, ob wir im Angstbereich sind, ob wir im Gierbereich sind. Das sind fünf Indikatoren, Social Media, die Kurse und was da nicht noch alles mit reinspielt. Ist auf 88 und das ist komplett überhitzt. Also es ist, als ob der Motor im roten Bereich, ihr seht es, im Drehzahlbereich ist und ihr damit permanent im ersten Gang bei 50 kmh in der 30er Zone rumgeistert, will ich mal sagen. Also das riecht ja nach einem Motorplatzer. Da darf man sich dann auch nicht wundern. Echt crazy, was manchmal so aus meinem Mund kommt. Okay, der 13. November gestern. Die ETF-Zuflüsse ein bisschen abgeflacht auf 510 Millionen US-Dollar Inflows. Trotzdem sehr, sehr stark weiterhin Liquidation Heatmap. Die Liquidation Heatmap, bitte ein Artikel davor. Ganz wichtig, die muss man sich immer ansehen. Also die sehe ich mir am liebsten an. Was baut sich auf? Wie wachsen die Positionen an? Hier im 12-Stunden-Chart auf 91.800 US-Dollar. Da liegen aktuell 64 Millionen, die man sich da abholen kann. Oder besser gesagt, die sich die Market Maker dort abholen können. Aber wichtig werden dann zum Beispiel der 48-Stunden-Chart. Und dann sehen wir hier unten, baut sich unheimlich was auf. Bei 85.000 mit 113 Millionen US-Dollar. Und mein Lieblingschart ist aktuell, auch wenn er nach unten zeigt, der 3-Monats-Chart. Und hier liegen bei 61.000 mittlerweile 267.000. Das wäre so mein Crash-Szenario, dass es da nochmal runter geht auf 61.000. Und wir dann Richtung 2025 Q1, Q2, obwohl es auch Oktober werden kann. Das sehen wir uns gleich nochmal an. Dann nochmal die Rakete abgeht. 28% im Plus der November. Ich kann mich nur wiederholen, hier riecht alles nach einer Korrektur. Und ja, wir werden einfach schauen, wann und wie die kommt. Ich bleibe da absolut entspannt. Ja, weil ich jetzt auch schon lange investiert bin, im Bärenmarkt gut eingekauft habe. Und hoffe, dass ich da nicht so doll wieder ins Minus falle. Bevor für mich persönlich die Rakete im nächsten Jahr dann richtig abgeht. Auch was die Altcoins angeht. Wie Trump den Bitcoin lieben lernte. Diesen Artikel, auch wenn er von der Tagesschau ist, werde ich euch unten mal verlinken. Ich finde das alles super gut zusammengefasst, dass Trump auch hier zum absoluten Bitcoin-Präsident werden könnte. Wenn er sich so gerade in sein Gremium alles reinholt. Also es sieht sehr, sehr gut aus. Für Kryptowährungen auf jeden Fall. Auch Elon Musk hat jetzt mit Doge, also Department of Government, wie auch immer, einen eigenen Bereich bekommen, wo er dann die Effizienz und sinnlose Steuerausgaben minimieren soll. In diesem Artikel heißt es auch, ist jetzt das nächste Kapitel des Bullruns eröffnet. Und da sehen wir uns gleich mal ein paar Charts an. Und wie gesagt, den Maximalchart gerne nochmal rannehmen. Seht euch diese wahnsinnige Candle an. Und ich glaube, was heißt ich glaube, ich hoffe auch irgendwo, dass wir nochmal so eine Korrektur kriegen, die sich dann hier vielleicht auf diese 60.000 aufsetzt und dann geht es nochmal ordentlich nach oben Richtung 100. 120.000 wird da absolut ins Chartmuster passen. Natürlich haben jetzt andere Gegebenheiten. Donald Trump wird Präsident, die Bitcoin-ETFs. Also der Markt ist gerade echt verrückt unterwegs, wird hier durcheinandergewirbelt. Und niemand kann hier eine verlässliche Prediction geben, weil aktuell so viel passiert. Und jetzt schauen wir uns nochmal ganz in Ruhe die Charts an aus der Vergangenheit. Wenn wir uns den hier von Wrecked Capital nehmen, den er geteilt hat, dann sehen wir jetzt ein ähnliches Muster wie 2020. 2020 bis 2021, als der absolute Bullrun am Start war, wo wir uns statistisch gesehen, zeitlich gesehen, um das besser zu sagen, aktuell befinden. Wir befinden uns laut diesen Charts, wie gesagt, es ist nur ein Chart, wiederholt sich die Geschichte, ja oder nein? Ich denke schon, vielleicht nicht exakt in diesem Zeitrahmen, aber so ähnlich wird es passieren. Das ist meine Meinung. Und dann befinden wir uns aktuell, ihr seht es hier, wo meine Maus ist. Oh, wenn ich draufklicke, wird es sogar groß. Bei 84.000, also ist ein bisschen älter dieser Chart. Und dieser prozentuale heftige Anstieg des Bitcoins, der Altcoins steht uns noch bevor. Würde dann sogar in die 160.000er Bereiche reingehen. Aber wie gesagt, da warten wir erstmal ab, um zur Altcoin Season zurückzukommen. Wir sind schon von gestern auf heute um einige Punkte gewachsen, von 27 auf 35. Trotzdem, richtig, wer meine Videos kennt, meilenweit entfernt von einer Altcoin Season, auch wenn die gerade gut pumpen. Bitcoin hält die 90.000 US-Dollar Marke. Meme Coins starten aktuell durch. Meme Coins gehören zum Cryptospace. Ich habe auch ein sehr schönes Gamble Portfolio, einmal auf Soulflare, einmal auf der Phantom Wallet. Da werde ich ein Video aufnehmen fürs Wochenende, wie man auch in Verbindung mit Deckscreener die absoluten, also die absoluten Hidden Gems findet, die wirklich ganz neu auf dem Markt sind. Mega Risiko, aber für mich persönlich macht das auch irgendwo Spaß, da rumzuspielen, weil ich habe wirklich schon, habe ich tatsächlich, Prozente gesehen, 800%, 700%, 500% in wenigen Stunden und habe dann da ein bisschen Cash gemacht. Also das macht dann wirklich Spaß und irgendwo auch ein bisschen süchtig, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Jetzt sehen wir uns mal die Altcoins an, Ethereum zum Beispiel, seinen Alltime High noch nicht mal angekratzt. Also von daher bleibe ich da absolut entspannt. Solange das Geld nicht in Ethereum fließt vom Bitcoin, hat die Altcoin Season auch noch nicht gestartet. Denn das ist der Crypto Money Cycle Flow, das Geld geht vom Bitcoin in die Large Caps wie Ethereum, dann weiter in Small Caps, Mid Caps, erst Mid Caps, dann Small Caps und so weiter. Also das lässt mich wirklich da absolut entspannt in die Zukunft blicken. Auch Solana ist noch ein Stückchen entfernt, wenn es auch nicht mehr viel ist, noch 15% vom Alltime High. Der eine performt ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter. Der BNB Coin hat es zum Beispiel schon geknackt, aber auch da erhoffe ich mir noch mehr. Bin zwar nicht investiert, aber trotzdem. Dogecoin geht ja gerade richtig gut ab, auch durch Elon Musk. Und wenn solche Meme Coins schon pumpen, dann wisst ihr, was bei diesen absoluten kleinen Meme Coins los ist. ADA auch meilenweit entfernt vom Alltime High, XRP ja sowieso. Also da warte ich auf jeden Fall noch, was da in Zukunft passiert. Hier mein Soulflare Konto, das wirklich gerade durch die Decke geht. Mein Phantom Wallet baue ich gerade ein bisschen auf, wird vielen von euch nichts sagen. Deshalb kommt da ein Video noch drüber. Und Milkback, absolut top. Dosh with Head, Moyai auch sehr, sehr gut. Also da performt gerade sehr viel, sehr gut. Und dann nehme ich auch immer mal etwas Geld raus. Jetzt erstmal Kommentar, Like da lassen für alle die, die jetzt gerne abschalten möchten. Denn jetzt kommt Pionix, die Kryptobörse, die ich hier immer wieder empfehle, auf der das KI Trading perfektioniert wurde und man sich da wirklich einen extrem guten passiven Cashflow aufbauen kann. Auch ganz normal traden kann. Also wie gesagt, alle die das schon kennen, gerne abschalten. Vielen Dank nochmal für den Support der letzten Tage und Wochen. Unglaublich. Der Rest bleibt jetzt dran, weil ich habe mit denen auch noch ein Event am Laufen. Ihr bekommt 100 USDT auf diese Trading Bots geschenkt, wenn ihr euch neu anmeldet. Und jetzt ganz wichtig, weil mich auch gestern einer angeschrieben hat, ja ich habe die 100 USDT nicht bekommen. Hier unten, wenn ihr dann weiter runter scrollt, stehen die Veranstaltungsregeln. Und hier steht es, die Nutzer, die die Bedingungen erfüllen, also sich angemeldet haben über meinen Link, das KYC abgeschlossen haben, bekommen 100 USDT. Aber innerhalb von 48 Stunden. Und auch geil ist bei diesem Trading Bot, also ihr könnt das Geld dann nur in Trading Bots investieren. Ihr bekommt die Gewinne 100% ausgezahlt und für die Verluste steht absolut Pionix. Hier steht es, die Verluste deckt Pionix ab. Also absolut geiles Event. Okay, Pionix erstmal im Großen und Ganzen eine sehr, sehr schöne Kryptobörse. Absolut günstige Gebühren, Spotkäufe, Futurekäufe. Ihr könnt ja alles drüber machen. Jetzt nochmal ganz in Ruhe erklärt. Ich habe auch Videos auf meinem Kanal, weil viele sagen, du machst das immer so schnell. Dann schaut euch gerne die Videos an, die verlinke ich jetzt auch am Ende mal. Und auch hier oben in der Infobox irgendwo. Futures, natürlich habt ihr USDT hoffentlich eingezahlt. Wartet, bis die anderen 100 USDT auf eurem Grid-Konto sind. Futures, Futures Grid, Futures Grid Bot. Erstellen, ich mache das hier wie so ein Lehrer. Strategie kopieren, ganz wichtig. Ich bin Long eingestellt, ich nehme Long. Ihr könnt dann aber auch, wenn der Markt dreht, Short gehen. Also ihr müsst nicht nur auf Long warten. Ihr könnt genauso schon mal einen Short einstellen und darauf warten, bis der Markt vielleicht fällt. Also auch damit ist dann Geld zu verdienen. Ich nehme den Bullischen Trend Aggressive mit 15er Hebel, weil ich persönlich sage, hier muss auch ein bisschen was passieren. Stellt euch diese Range ein, unbedingt. Nach unten meinetwegen machen wir 75.000. Dass ihr da erstmal ein gutes Level habt und nicht so schnell liquidiert werdet. Denn unterschreitet ihr die 75.000, werdet ihr liquidiert und die Kohle ist weg. Aber ihr könnt jederzeit in diesen Bot eingreifen. Ihr könnt auch einen Stop-Loss setzen bei, ich meine ich 50 Prozent, dass ihr da nicht alles verliert. Und oberes Limit, wir sind gerade bei 91.000. Naja, da wird ja jetzt nicht schnell auf 95.000. Machen wir mal 97.000. Und die Grids lassen wir meinetwegen gerne auf 60. Ich würde da maximal 100 empfehlen, weil dann der prozentuale Gewinn nicht allzu hoch ist. Also, dann nochmal hier Geld eingeben, 100 USDT oder meinetwegen 300 USDT. Spielt da einfach mal rum, tastet euch auch erstmal ran. Man muss aber auch dazu sagen, wer natürlich 100 USDT investiert, weil da auch Fragen kamen, da passiert gar nicht so viel. Was soll bei 100 USDT groß passieren? Probiert euch da erstmal aus. Meinetwegen nehmt ihr dann 200 USDT und die 100, die ihr von Pionics bekommt, wenn ihr neu angemeldet seid, dann habt ihr schon 400 und dann passiert da auch ein bisschen was. Okay, dann das Ganze auf Erstellen. Ihr seht hier nochmal 75.000 bis 97.000, 100 Grids. 0,1% bis 0,25% Gewinn pro Grid natürlich. Und das Investment, wann ihr liquidiert werdet, wird sogar nochmal nach unten geschraubt auf 55.000 USD. Auch den Hebel könnt ihr dann nochmal ein bisschen anpassen. Meinetwegen gerne nach oben, weil dann passiert natürlich auch mehr. Aber wie gesagt, erstmal alles probieren. Und der Bot nimmt dann einen Teil eures Investments und fängt an damit zu traden. Er nimmt auch nicht gleich alles. Okay, ich werde das natürlich jetzt nicht aktivieren, weil ich schon einige laufen habe. Das ist im Prinzip alles. Und ihr könnt hier vorne noch jegliche Kryptowährung traden, auf die ihr Bock habt. Ihr könnt natürlich auch Meme Coins traden. Ihr könnt Solana, Sui, alles mögliche. Probiert euch da mal aus. Ansonsten checkt das Video aus der Infobox ab oder das, was jetzt hier gleich irgendwo kommt. Und ja, einfacher geht es aktuell nicht. Und die Zahlen, die ich hier im Backend sehe bei Pionics, was da umgesetzt wird, was manche Leute auch verdienen, sprechen da für sich. Okay, das war es erstmal. Ansonsten Kommentar, Like, Abo da lassen. Super stark, wie ihr das macht. Ich freue mich einfach, wie das hier gerade wächst. Bleibt alles schön gesund. Und das ist das Allerwichtigste. Peace. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.